Yeah, ich bin's, euer Nordmann. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video, Sunkenland. Und wir wissen jetzt endlich, wann das Ganze erscheint. Wir haben ja schon wirklich lange, lange, lange gewartet. Ihr wisst, ich habe vor, ich weiß gar nicht wie viele Monaten, genau dieses Video gepostet. Wenn du Seven Days to Die, Rust, Subnautica oder Raft spielst, wirst du dieses Game lieben. Die meisten von euch werden sich noch daran erinnern. Und ja, in diesem Video werde ich euch endlich erzählen, wann das Game rauskommt. Also Release-Datum steht fest. Bleibt unbedingt dran. Und vergesst nicht zu abonnieren. Okay, let's go. Rein ins Video. Yeah. Ja, Freunde. Hier gucken wir uns noch mal ein bisschen an, was uns erwartet. Es ist auf jeden Fall wirklich absolut wild. Ganze Bausysteme und so weiter. Haben wir uns ja alle schon in den Videos angeguckt. Und ich will euch eigentlich auch gar nicht auf die Folter spannen. Aber ich kann ja auch kein 10-Sekunden-Video hochladen. Geht ja auch nicht. Deswegen schauen wir uns noch mal ganz kurz die Bilder an. Und ihr kennt die meisten schon. Oder besser gesagt, die meisten von euch kennen die Bilder schon. Und ja, ich würde sagen, wir labern gar nicht lange rum. Es ist offiziell, wie ihr hier seht. Ich gehe mal auf meine Wishlist. Dann gehen wir mal natürlich ein bisschen runter auf Sunkenland. Und hier seht ihr auch schon. Der 26. August ist das Release-Date von Sunkenland. Und ich bin auf jeden Fall mega gehypt. Ich freue mich mega auf das Spiel. Werd das ein oder andere Video hier auch mal auf YouTube bringen über das Game. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Yeah. Haut rein. Euer Norman. Wir sehen uns dann im nächsten Video. 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 Wir sehen uns dann im nächsten Video.